Ja, moin, Medel, Matt und Madeira, meine sehr verehrten Klingelständer und Kartoffelmuschis. Ich bin der Ungol und die Grüße gehen ins Saarland. Ja, wie ihr unschwer erkennen bzw. hören könnt, nehme ich mit einem neuen Mikrofon auf. Ich hoffe, dieses schmeichelt euren Trommelfällen im Gegensatz zu dem Headset-Mikrofon, was ich vorher benutzt habe. Ja, der Grund für dieses Video ist, ich hatte mit Darkwing auf Reinas mein Leben auf der Straße reagiert. Und da wir beide, also Darkwing und ich, etwas angefressen waren, haben wir dann so ein paar Sachen von uns gegeben, die Jochen YouTube nicht so schön findet. Dementsprechend ist das Video jetzt auf der Cloud gelandet. Der liebe Fuddel ist wieder da, der hat mir dann da was eingerichtet. Link dazu ist natürlich in der Videobeschreibung. Das könnt ihr euch dann mal reinmeldeln. Ansonsten, ja, es ist viel zu tun, da der Himmelsbüro ja immer jetzt unfassbare Live-Sessions von fünf bis sechs Stunden produziert. Ich bin gerade mit dem Ding beschäftigt, wo er auf Arnie und mich reagiert. Schneide das dann ein wenig zusammen und das wird dann nochmal ein Re-React geben. Ich hoffe, ich kann den Arnie da auch wieder für verhaften. Das würde mich sehr freuen. Das war es dann eigentlich auch schon von meiner Seite. Wie gesagt, Link zur Wolke in der Videobeschreibung. Wir haben beim Influencer, der kein Mensch ist, geschaut. Auch der ist natürlich verlinkt mit dem Originalvideo und die ganzen anderen verrückten Kaschbar ja sowieso auch in meiner Videobeschreibung. Und dann kann ich euch nur einen wunderbaren Wochenstart wünschen. Und bleibt gesund. Und ich sage dann tschö mit Ö. Und ich sage dann, ich sage dann, ich sage dann, boh, ich sage dann, ich sage dann, ich sage dann, und ich sage dann, 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 ich sage dann,